Wir haben da mal ne Frage, die uns tierisch interessiert Uns war die Frage, was in Zukunft mit der Jugend passiert Ist was heute noch gehypet, vielleicht morgen schon out Oder piercet man selbstverständlich auch noch faltige Haut Mit nem Drückstock aggressiv grumpen und danzen Als Veganer körperlich an den äußersten Grenzen Kevin 83 mit seinen zittrigen Pfoten Wollt für dich davon ein Video bei Facebook uploaden Scheißen auf die Kurne Denk doch mal ans Alter Der ganze scheiß Elektro Geht doch voll aufs Kling Wer darf sich doch lecken So geht es doch nicht weiter Oder trinkst du als Opa Auch noch Röhren-Gee Scheiß mal auf die Kurne Denk doch mal ans Alter Der ganze scheiß Elektro Geht doch voll aufs Kling Wer darf sich doch lecken So geht es doch nicht weiter Oder trinkst du als Opa Auch noch Röhren-Gee Auch eigentlich zum Tee suivre Musik Schraube